Willkommen Digimon Fans, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr garantiert Tentumon bekommt. Das ist eins der Digimon, mit denen ich am meisten Probleme hatte, weil ich es häufig übersprungen habe. Und damit euch das nicht passiert und ihr möglichst schnell an Tentumon rankommt und die ganzen Weiterentwicklungen, gehen wir das einmal durch. Wichtig dabei ist, wir müssen beim Kapitel 7 gleich zu Beginn etwas durchführen, zeige ich euch in wenigen Sekunden. Und dann wird auch Tentumon eurem Team beitreten und ihr habt ihn für eure Sammlung. Sobald wir in Kapitel 7 sind, müssen wir folgendes machen. Wir gehen unten auf Gehe zum Bereich und switchen in den Waldbereich. Als nächstes springen wir in den Schrein. Hier werden wir ihn gleich finden. Zunächst einmal müssen wir hier alles mögliche scannen. Oben rechts, dort haben wir ein Item. Das können wir entweder so abgreifen oder mit der Kamera. Das müssen wir so lange machen, bis wir mit dem Gras interagieren können. Sobald das möglich ist, seht ihr, unterhalten sich Agumon und Takuma. Als nächstes holen wir die Kamera raus. Tentumon taucht auf. Wir müssen gleich einmal die rechte Option wählen, um ihn in unser Team zu holen. Da ist es, willst du uns begleiten. Als erstes wird er sich sträuben. Dann wird er aber beipflichten und er ist Teil des Teams. Wichtig am Anfang ist, bevor ihr das Gras freischalten könnt, müsst ihr hier alles mögliche scannen, mit allen möglichen interagieren, bis dann auch das Gras für euch freigeschaltet ist. Bis zum nächsten Mal.